So Freunde, die Kacke ist wieder komplett am Dampfen. Nadja Twellmann, die Ex-Frau von Manuel Elson, hat ein Statement hochgeladen, was ganze 26 Minuten lang geht, wo sie wohl komplett über ihn auspackt, über die Art der Beziehung, was alles schiefgelaufen ist und so weiter und so fort. Übertrieben viele Leute haben mir dieses Video geschickt und gesagt, Masakabi, reagier mal bitte da drauf. Du bist gefühlt der Einzige, der immer auf solche Themen eingeht. Die anderen schweigen, da ist alle tot. Und ich hab mir gedacht, ja, das mache ich. Normalerweise gucke ich mir dann so ein Video an, reagiere drauf, sage, was mir daran gefällt, was mir nicht gefällt, was komisch klingt, wo ich gerne dies und das vielleicht mehr hätte erfahren wollen und so weiter und so fort. Diesmal habe ich mir gedacht, mache ich es ganz anders. Wir sind ja schon einige Male auf die Schnauze gefallen, indem wir uns irgendwelche Videos angeguckt haben über andere, wo keine Beweise gezeigt wurden, gar nichts, prapapap. Wir wissen nicht, wie es hier der Fall sein wird. Aber ich dachte mir, ich schreibe Manuel einfach mal an und sage ihm, guck mal, es gibt da ein Video über dich, die redet da, packt wohl über dich aus. Wenn du willst, äußere dich jetzt schon mal dazu, sag mir mal ein paar Punkte, auf die ich achten soll, die du vielleicht widerlegen könntest und ich werde die mit in meine Reaktion einbauen. Deswegen bin ich jetzt teilweise vorgespoilert, denn ich weiß zumindest, dass es da wohl um Geld gehen soll, um die Tochter. Ein bisschen auch familiäre Sachen, so. Ich habe ein paar Sachen zugeschickt gekriegt, die werde ich dann zum passenden Zeitpunkt einblenden. Und dann schauen wir einfach mal, in wie vielen Punkten sie recht hat, in wie vielen Punkten er recht hat. Denn, ich sage euch hier eine Sache, bei so einem Ding, einer Trennung, gibt es immer zwei Schuldige. Es gibt nicht den Guten, der nie Fehler macht. Und wir kennen Manuel, er versucht sich halt immer in allen Punkten als, sage ich mal, fehlerfrei hinzustellen. So sind wir nicht. Wir werden ganz neutral darauf eingehen. Beweise liegen mir vor. Und dann schauen wir mal, was sich ergibt. Dieses Video aufzunehmen, kostet mich sehr, sehr viel Überwindung. Mal ganz abgesehen davon, dass ich generell nicht der Typ bin, der direkt in die Kamera spricht oder irgendwas Besprochenes hochlädt oder sich öffnet. Kostet mich viel, viel mehr Überwindung die Thematik, die ich jetzt ansprechen möchte. Zum einen ist es auch, da ich aktuell total in Peace and Harmony mit meinen Kindern lebe und gerade genieße, wie erfolgreich gestern, vorgestern, mein Sohn mit seinem Zeugnis nach Hause gekommen ist, jetzt die Ferien angefangen haben. Und der es auf einer der besten Gymnasien jetzt hier in Mülheim geschafft hat. Das freut mich sehr für deinen Sohn. Das freut mich für jeden, ja. Auch an all diejenigen da draußen, die mir ihre Zeugnisse geschickt haben, in der Hoffnung, dass ich wieder so ein Zeugnis-Reaction-Video hochlade. Ich habe es leider dieses Mal nicht geschafft, Freunde. Die ganze Situation mit Corona, die ist das, tralala. Ihr wisst es selber. Ich werde aber ab nächstem Zeugnis wieder damit anfangen und hier an ihren Sohn, der nicht der gemeinsame Sohn ist, ja. Sie hat den Sohn mit in die Ehe reingenommen zum Manuelsen. Das heißt, sie hatte davor schon eine gescheiterte Ehe, hat da ein Kind von gehabt und hat das mit in die Ehe reingenommen. Und er hat wohl seine Schule gut abgeschlossen und kommt auf eines der besten Gymnasien dort, wo die leben. Feiere ich unnormal. Ich hoffe, er wird unendlich erfolgreich in Zukunft. Macht einen schönen Abschluss. Studiert vielleicht sogar. Danach würde man sich auf jeden Fall wünschen. Derzeit einfach mega erfüllt und stolz. Ich genieße einfach derzeit mein Leben mit den Kindern. Das ist schön. Jedenfalls probiere ich es so gut es geht. Das war viel, viel Arbeit, Leute. Auch wenn das von außen betrachtet immer so aussieht, als wenn ich schnell vorwärts gegangen bin und mit allem schnell abgeschlossen habe. Dahinter steckt sehr viel Selbstdisziplin, Selbstreflexion, Arbeit. Ich habe mich viel mit mir selbst beschäftigt und bin aus dieser Opferrolle einfach rausgeschlüpft und habe Verantwortung für mein Handeln getragen. Das hat mich jedenfalls weitergebracht. Das hat letztendlich dazu geführt, dass ich meine eigenen Fehler, die ich begangen habe in der Vergangenheit und die mich letztendlich in den Situationen gebracht haben, in denen ich gesteckt habe, mir selber zu verzeihen, loszulassen und einfach weiterzumachen. Ich habe diese Unterdrückung, Schikanen, Psychoterror, Erniedrigungen, einfach bewusst nicht nach außen getragen. Ist auch richtig so, denn private Sachen gehören meiner Meinung nach nicht an die Öffentlichkeit, außer, und jetzt kommt die einzige Ausnahme, außer man sieht keinen anderen Ausweg mehr, als sich die Unterstützung der Öffentlichkeit zu holen. Im Endeffekt macht man sowas, damit die Öffentlichkeit, ja diejenigen, die das sehen, die man versucht damit zu erreichen, damit diejenigen dem anderen, der dir wohl Schikane antut, wir wissen halt noch nichts, aber der dir wohl Schikane antut, damit die ihn haten, damit der auch ein wenig zurückkriegt, damit man sich besser fühlt. Ich bin ja selber lang genug in diesem Game drin. Ich weiß ja, wie sowas funktioniert. Weil ich zum einen mit den Menschen abgeschlossen habe, und zum anderen war ich der festen Überzeugung, dass eine friedliche Haltung und das einfach die Ruhe zu bewahren und es zu ignorieren und nach vorne zu blicken, irgendwann mal diesen Menschen dazu bringen wird, damit aufzuwerfen. Ist auch die richtige Entscheidung, die sie da getroffen hat. Wie gesagt, ich sage hier alles immer nur für den Fall, wenn das stimmen sollte, was sie sagt. Frieden ist immer besser. Lasst euch nicht auf solche Sachen ein. Beef, Stress, etc. Geht einfach weiter. Verschwendet nicht eure Zeit damit. Das liegt vielleicht auch in meiner Erziehung. Ich wurde so erzogen. Wenn du Leute hast, die dich ärgern oder dir das Leben schwer machen wollen, ignorier diese Menschen, ja. Weil die sind nicht auf deinem Level-Niveau mäßig, Kopf mäßig, Intelligenz, alles. So habe ich das auch in dieser Thematik probiert zu behandeln, ja. Ich dachte, komm, da du aber, Manuel, meine Ruhe, meinen Frieden und diese Ignoranz als Schwäche, Angst oder sonst irgendwas deklariert hast, wurden deine Schikanen einfach immer nur noch schlimmer. Ich versuchte, auf Intelligent die ganzen Fäden schön im Hintergrund zu ziehen, damit das keiner draußen irgendwie mitkriegt und einfach nur darauf zu warten, dass ich komplett die Fassung verliere, ins Internet gehe, am besten auch noch live, wie du es immer machst, anfangen rumzuschreien und du am Ende des Tages mit dem Finger auf mich zeigen kannst und sagen kannst, hey, sie ist die Verrückte von uns. Das Ding bei der ganzen Sache ist, sie hat schon recht, das ist ein großer Schwachpunkt von Manuel, sagen wir es, wie es ist, habe ich ihm auch vorgeworfen und nachdem ich mit ihm gequatscht habe, habe ich ihm auch gesagt, könnt ihr ihn fragen, du bist zu 100% schuld an deiner Situation, in der du dich zurzeit befindest, aber, dass sie davor gesagt hat, er zieht Strippen und hat geplant und hier und da, bei aller Liebe, wenn du das über mich gesagt hättest, hätte ich gesagt, okay, sie kann schon recht haben, ich bin auch eher der Typ wie sie, der ruhig da sitzt, sachlich versucht zu argumentieren, weil man damit tatsächlich die große Masse erreichen kann. Leute feiern es nicht, wenn man ausrastet, ja, wenn man emotional wird, aber das ist ein Zeichen dafür, dass er aus seinem Herzen spricht, er überlegt nicht, was er sagt, er geht nicht rational an Sachen ran, er denkt mit seinem Herzen und das eine, was er am Anfang gesagt hat, passt mit dem Zweiten, was sie da erwähnt, irgendwie nicht zusammen. Dabei ist es ganz klar, wer von uns der Verrückte ist. Für einen gesunden Menschenverstand mag dieser Plan echt idiotisch und kindisch klingen, aber für einen Menschen wie dich, Manuel, ist es der absolute Masterplan in dem mittrigen Kosmos gewesen. Deswegen spreche ich heute hier und setze diesen ganzen Unterdrückungen ein Ende. Ende, Grenze, okay, hier und nicht weiter. Mal gespannt. Meine Mutter ist der mit Abstand friedlichste, ruhigste, weiseste Mensch, den ich jemals in meinem Leben kennengelernt habe und selbst sie kam gestern zu mir mit der Hand auf meiner Schulter und sagt, Kind, sprech, mach den Mund auf. Okay, bin gespannt. Vier Minuten sind vergangen, sie erzählt nur von Unterdrückungen und was weiß ich was, aber hat noch keinen einzigen Punkt diesbezüglich genannt, wie genau er das macht, was er da abzieht, welche Schikanen da vorkommen, aber da wir jetzt beim Punkt Mutter sind, das haben wir auch angesprochen, ich weiß aber auch nicht, ob das stimmt, was er da sagt. Das sind gerade nur Behauptungen von ihrer Seite, Behauptungen von seiner Seite. Sobald wir zu den Punkten kommen, wo ich Beweise habe, werde ich die einblenden, aber das mit der Mutter hat er mir gesagt, sie wollte unbedingt hat. Er hat ihr das finanziert, sogar für sie, für ihre Mutter, plus eine Freundin von der Mutter, weil die nicht alleine hin wollte. Er hat das bezahlt. Ehrenaktion, sollte es stimmen, absolut ziehe ich meinen Hut davor, Ehrenaktion. Es geht zu weit, okay, hier geht es lange nicht mehr mehr um dich und ihn, hier geht es um deine Kinder, hier geht es um die Zukunft, hier geht es um viel, viel, viel mehr, sagt sie. Kämpfe. Und so paradox es auch klingt, muss man manchmal für seinen Frieden kämpfen. Du hast mich über sechs Monate über WhatsApp blockiert, hast mich nur entblockiert, um mich in deinem Psycho-Wahn anzutexten, mir böse Sachen zu schreiben, mir Vorwürfe zu machen, um mich dann wieder zu blockieren. Wäre jetzt schön, wenn sie einblenden würde, was da wirklich vorgefallen ist. Im Endeffekt sind das nur Behauptungen, die wir jetzt hören. Am Anfang hieß es, hey, wir machen einen Comeback, glaub mir, vertrau mir, das wird super ankommen, wo ich dir aber gesagt habe, ey Junge, wir sind nicht die Blackstreet Boys, ja? Du hast scheiße gebaut, du hast dich noch nicht mal entschuldigt bei mir, damit meine ich nicht dieses öffentliche Live-Video, was du da hochgeladen hast, ich meine eine persönliche, aufrichtige Entschuldigung bei mir und bei meiner Familie. Das ist sehr, sehr schade, diesen Punkt haben wir nicht angesprochen. Und wie gesagt, ich wusste nicht, was drin vorkommen wird. Er hat mir nur einige Punkte angesprochen, die habe ich mir notiert, die Sachen zur Seite gelegt, in den Ordner. Diesen Punkt hat er nicht angesprochen, ich weiß nicht, ob das stimmt, ob er sich persönlich bei ihr entschuldigt hat oder nicht. Wäre das Mindeste gewesen, nach dem, was vorgefallen ist. Aber dazu kommen wir jetzt gleich auch noch. Okay, dazu warst du nicht in der Lage und das hat einfach, da hat die Basis einfach gefehlt, okay? Ich habe nichts von dir verlangt, nur eine einfache Entschuldigung, aber stattdessen bist du wie einandlich zu uns nach Hause gekommen und hast die Scheibe kaputt. Aber darauf geschissen, so das Thema ist für mich zu abgehakt, ist irrelevant. So, lassen wir mal diese Monate jetzt Revue passieren, was alles passiert ist. Die letzte WhatsApp-Nachricht war eine Drohung von dir. Die vorletzte Nachricht, hast du deine Scheidung ausgesprochen oder beziehungsweise geschrieben, dass du wirklich in deinem minderbemittelten Kosmos tatsächlich gedacht hast, dass man sich heutzutage über WhatsApp scheiden lassen kann, ja? In deinem minderbemittelten Kosmos. Muss nicht sein, bleib einfach auf der sachlichen Ebene, auch wenn dein Ex-Mann es nicht schafft, aber du bist doch definitiv in der Lage dazu. Sowas muss einfach nicht sein, ja? Man sollte nicht, selbst wenn es der Ex-Partner ist, sage ich mal, auf die Intelligenz oder auf irgendwas anderes zeigen und sich über diese Person stellen, nur weil man denkt, man wäre intelligenter oder schlauer oder in irgendeiner Art und Weise über dieser Person. Du hast probiert, mein Instagram-Konto zu hacken. Du hast probiert, meine Selbstständigkeit komplett zu ruinieren. Das erzähle ich nochmal gleich ausführlicher. Du bist zu meinen Freunden gegangen und hast ihnen gesagt, die sollen keinen Kontakt mehr mit mir haben. Du hast probiert, Fitner in meiner eigenen Familie zu machen, zwischen mir und meinen Brüdern. Also bezüglich dieser Fitner zwischen ihr und ihren Brüdern hat er mir tatsächlich auch ein paar Sachen geschickt, so wie es aussieht, aus den Chatverläufen heraus oder auch irgendein Großgeschenk oder was auch immer. So wie es aussieht, stehen deine beiden Brüder, die Älteren, auf seiner Seite. Der Jüngere enthält sich der ganzen Thematik, will davon nichts, also will da nicht eingemischt werden. Da frage ich mich, warum? Warum steht deine eigene Familie auf seiner Seite? So kann ich mir nicht erklären. Würde bei mir, selbst wenn ich im Unrecht bin, nie im Leben passieren. Meine Familie würde immer zu mir stehen. Du hast monatelang deine Tochter nicht besucht, sich nicht um die gekümmert, gar nichts. Zu diesem Punkt mit, du hast monatelang deine Tochter nicht besucht, dich nicht um sie gekümmert, gar nichts, habe ich viele Chatverläufe gekriegt zwischen ihr und Manuel. Da schreibt Manuel dir, ich hole sie am Wochenende aus Münster. Und dann schreibst du, ja und dann? Manuel sagt nichts, dann bin ich mit ihr. Du schreibst, ich bin Montag wieder da, dann klären wir das. Und er schreibt, komm oder komm nicht. Sie schreibt, okay, ciao. Er schreibt dann wieder, ich hole Susu am Weekend ab. Susu heißt die Tochter. Und sie schreibt, warum dieser so plötzlich? Er schreibt, sag bitte deiner Mutter Bescheid, es ist nichts los, alles gut, aber meine Tochter hole ich am Wochenende zu mir, das werde ich ja wohl dürfen. Sie schreibt, wir haben jetzt schon Wochenende. Ich würde gerne sowas vorher planen, damit Susu sich auch darauf einstellen kann, denn plötzlich verschwinden und wiederkommen ist nicht im Sinne ihres Wohles. Er schreibt, ich bin der Vater, geh nicht mit mir in diese Richtung, mach das nicht. Daraufhin schreibt er weiterhin, Susu liebt mich und ich hole sie am Weekend zu mir. Sie schreibt, ja, als Vater sollte man regelmäßigen Kontakt haben, sie ist noch fast ein Baby und verkraftet diese langen Phasen ohne Kontakt nur schwer. Er schreibt, keinen Bock auf Diskussionen. Sie, ich auch nicht. Er schreibt, ich hole sie einfach. Daraufhin schreibt sie, lass meine Mutter da aus dem Spiel. Sie ist eine kranke Frau und kann diese Äckchen gerade nicht gebrauchen. Er schreibt, wer redet von Äckchen? Astagfirullah, ich hole meine Tochter, mehr nicht. Sie schreibt, du hast sie zwei Monate nicht gesehen, dann kommt es auf zwei Tage auch nicht drauf an. Und er schreibt, lass das meine Sorge sein. Das heißt, indirekt bestätigt er und sie, dass er sie zwei Monate nicht gesehen hat. Sie redet aber von monatelang deine Tochter nicht besucht, sich nicht um die gekümmert, gar nicht. Wo man hier klar und deutlich schwarz auf weiß sehen kann. Er wollte sie sehen. Und wer weiß, was in diesen zwei Monaten war. Blockiert, Stress, faxen, dies und das und tralala. Nachdem er also geschrieben hatte, lass das meine Sorge sein, schreibt sie, lass es in Ruhe machen. Er schreibt, ich bin ruhig. Samstag Mittag hole ich sie ab. Sag deiner Mutter Bescheid bitte. Sehr höflich, sehr nett, aber auch auf beiden Seiten. Muss man hier fairerweise sagen, wir haben beide sehr vernünftig und korrekt miteinander geschrieben. Sie schreibt, nein, das funktioniert nicht dieses Wochenende. Er schreibt, doch tut es. Sie schreibt, sie ist das Wochenende bei ihrer Oma. Melde dich bitte vorher. Er schreibt, ich bin der Vater. Sie sagt, und ich die Mutter. Er schreibt, du bist im Urlaub. Und sie schreibt wiederum, ja, das passt dir nicht. Daraufhin schreibt er, wallah sachteen, was habe ich gesagt? Ich will meine Tochter sehen. Sie schreibt, wirst du doch. Daraufhin schreibt er, wallah, ich mach keinen Wirbel. Sie schreibt daraufhin, wer hat sie dir genommen? Er schreibt, dann hättest du sie bei mir gelassen. Ich wusste nichts. Es geht da wohl um diese Urlaubszeit, wo sie in den Urlaub gefahren ist, ohne ihre Tochter. Dann hat sie die Tochter, die gemeinsame Tochter, bei ihrer Mutter gelassen, anstatt sie bei dem Vater zu lassen. Er wusste ja nichts davon, schreibt er hier. Und nachdem er halt geschrieben hatte, hättest du sie bei mir gelassen, ich wusste nichts, schreibt sie als Antwort, nein, danke, Ausrufezeichen. Und er schreibt, nein, danke, Fragezeichen, was nein, danke? Sie danach hin, bei einer Frau, die bei dir rumhaust, die ich nicht kenne von dir. Also sie wollte gar nicht, dass die Tochter dahin geht zu ihm. Er schreibt daraufhin, Samstag hole ich meine Tochter. Sie schreibt, lass gut sein. Daraufhin schreibt der, und beleidige meine Familie nicht. Ich habe es dir tausendmal gesagt. Anscheinend hat sie schon öfters, sehr, sehr oft, seine Familie beleidigt. Ja, und runtergezogen, wie man es hier schwarz auf weiß sehen kann. Sie schreibt dann, die habe ich nicht beleidigt. Außerdem haben sie mich beleidigt. Er schreibt dann, sag einfach deiner Mutter Bescheid. Und dann schreibt sie daraufhin, wenn dieser Druck weitergeht, den du gerade versuchst, auf mich auszuüben, werde ich das anwaltlich und mit Jugendamt unter Beaufsichtigung klären müssen. So viel dazu. Das meint sie also mit Druck. Er will seine Tochter sehen. Sie verweigert ihm das. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Und setzt sich da so hin und stellt sich als Unschutzlam hin. Und da Manuelson sowieso einen schlechten Ruf hat, da er so impulsiv und dumm ist einfach. Ja, tut mir leid, dass ich das hier sagen muss. Glaubt ihm keiner mehr. Und ich habe ihm eigentlich auch nicht geglaubt, wo ich dieses Video Titel und so zugeschickt gekriegt habe. Deswegen bin ich auch so froh, dass ich ihn zur Rede gestellt habe. Er schreibt daraufhin, ich baue doch keinen Druck auf. Ich will lediglich meine Tochter sehen. Und zwar am Samstag. Sie sagt, ich bitte um vorherige Absprache. Danke. Du kannst sie montags sehen. Sie ist nicht zu Hause. Und er sagt, weil du nicht da bist und sie einfach irgendwo lässt. Sie sagt daraufhin, irgendwo, sie ist bei meiner Mutter, hab ein bisschen mehr Respekt. Er sagt, Samstag hole ich meine Tochter ab. Sie sagt, ich rufe morgen beim Jugendamt an und lasse eine Betreuerin zuteilen, die die Besuche beaufsichtigen lässt. Er sagt, ruf an, wo du willst. Sie sagt, ja, danke. Er meinte, ich hole meine Tochter am Samstag ab. Also so viel schon mal zu dem Punkt, den sie gerade genannt hat. Den hätte ich einfach geschluckt. Sage ich euch, wie es ist. Ich hätte es einfach geschluckt und ihr geglaubt. All das habe ich schweigend hingenommen und habe es unter Verhaltensstögen abgeheftet. Ah, okay. In der Hoffnung, dass du irgendwann mal müde wirst und damit aufhörst. Und das waren bei weitem noch nicht alle Punkte. Er soll also müde davon werden, nach seiner Tochter zu verlangen. Seine Tochter. Ich sag dir ehrlich, wie es bei mir wäre. Nebi hätte sowas bei mir nicht abziehen können. Mir kann man meine Tochter nicht wegnehmen. Wegen meiner Tochter, sie ist mein Ein und Alles. Das ist auch der Punkt, wo ich Manuel oft kritisiert habe. Wegen meiner Tochter habe ich mich um 180 Grad gewendet. Ich habe mein Wichtigstes, was ich jemals hatte, was in meiner Familie ganz oben steht, meinen Stolz und meine Ehre für meine Tochter verkauft. Ich kann hier nicht verraten, was genau es war, aber ich habe es verkauft. Ich hätte mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen können, dass ich jemals meinen Stolz und meine Ehre verkaufen würde. Ich wäre für meinen Stolz und meine Ehre fast gestorben. Nur damit ihr es versteht, für meine Tochter habe ich alles begraben. Ich bin im Vergleich zu ihr nichts wert. Deswegen verstehe ich auch nicht, wie Manuel sein Gangsterleben und diese ganzen Filme, die er schiebt, über seine Tochter damals stellen konnte. So kam es mir rüber. Aber dem Vater, die Tochter zu verweigern, wenn er sie sehen will, wenn du selbst noch nicht mal da bist, sondern deinen Urlaub machst, ohne deine Tochter, was ich sowieso auch nicht verstehen kann, das ist ein absolutes No-Go. Und dich dann als Unschuldslamm da hinzusetzen und zu versuchen, das Ganze zu drehen und so hinzustellen, als hätte er keinen Bock auf seine Tochter, obwohl man sieht, wie er am Betteln ist, schwarz auf weiß. Ja, das sehen die Leute nicht. Aber zum Glück ist ein Masdach da, der auch mal nachfragt, der auch mal kritisch ist. Und ich will mich hier an der Stelle einfach noch mal hier bei dir, Manuel, wenn du dieses Video sehen solltest, entschuldigen. Ich war sehr impulsiv während unseres Gesprächs. Ich habe dich sehr, sehr oft kritisiert. Ich habe dir sehr, sehr oft die Schuld in die Schuhe geschoben und immer wieder gesagt, du bist schuld in meinen Augen und ich werde euch am Ende des Videos höchstwahrscheinlich erklären, warum ich das ihm gesagt habe. Nicht für die Fehler, die er begangen hat, sondern wir kommen am Ende des Videos da drauf. Dieses Red über Dritte, über Brüder, komm zum Tisch oder mach dies und mach das, weil du bist ja der Große. Ich kann dich ja nicht direkt kontaktieren, weil du mich ja blockiert hast. Wenn irgendwas mit unserer Tochter gewesen ist oder man was gebraucht hat, musste ich Dritte kontaktieren, weil du ein großer Mann jetzt bist und nicht mehr erreichbar für uns bist. Ich meine nicht schon schlimm genug, dass du mit unseren kompletten Ersparnissen die Konten geplündert hast und abgehauen bist, ja, in einem Hotel ein halbes Jahr gelebt hast, im Saus und Braus wie ja Harald Glöckler. Zu diesem Punkt mit Hotel. Er war in einem Zwei-Sterne-Hotel. Er hat da quasi, wenn es hochkam, ein Frühstück gehabt, noch nicht mal das. Er musste draußen Frühstück holen gehen, nur damit er unterkommt. Was hätte er machen sollen? Er ist aus der Wohnung rausgegangen, die er bezahlt hat, ja, die letzten paar Monate. Zumindest, ich will hier nichts Falsches sagen, zumindest einschließlich Monat Mai, was jetzt letzten Monat gewesen ist. Ja, ein Monat her, ein Monat und ein paar Tage. Bis einschließlich Mai hat er die Miete für die Wohnung bezahlt, wo du drin warst mit den Kindern. Knapp 1400 Euro. Ich habe es hier schwarz auf weiß vorliegen. 3.5.2021 2.380 Euro bezahlt. Okay. Und wie genau hast du dir das vorgestellt? Hätte er auf der Straße schlafen sollen? Oder weiter im Studio? Dass du ihm jetzt Vorwürfe machst, dass er in einem Hotel gelebt hat? Hä? Ich sage euch ganz ehrlich, andere Typen hätten einfach, wenn ihnen alles scheißegal gewesen wäre, ihre Frau die Kinder rausgeschmissen, weil die keinen Bock mehr hatten. Überlegt euch mal, wie kam die Trennung zustande? Manuel hat Scheiße gebaut, das brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Eine vollbusige Blondine hat ihm geschrieben, er hat das weitergeleitet an seine Freunde, hat ein bisschen damit angegeben, absolut kindisches Verhalten. Sie hat das herausgefunden und ist ausgerastet. Hat sich daraufhin, das ist der Grund, Leute, überlegt euch das mal, das ist der Grund, hat sich von ihm getrennt. Okay, jeder hat andere Hemmschwellen, aber sie hat sich von ihm getrennt, wegen der Mail, die er zugeschickt gekriegt hat. Das ist Fakt, mehr wissen wir nicht. Das heißt, sie lässt ihre gemeinsame Tochter ohne Vater jetzt aufwachsen. Sie ist nur bei der Mutter. Eine gebrochene Ehe, die auseinandergegangen ist, wegen einer Mail. Das ist es dir wert? So viel ist dir deine Tochter wert? Kommt mir jetzt nicht mit, ja, wenn das bei dir wäre, dies, das. Mir wäre es egal, Leute. Bei mir ist es nicht. Erstens. Und zweitens, wenn es passieren würde, wäre es mir egal. Ich würde mich am Tisch setzen und fragen, was ist bei dir schief gelaufen? Auch wenn es bei mir rum wäre. Mir würde eine Frau schreiben, würden wir uns am Tisch setzen. Sie würde mit einem Typen schreiben, würden wir uns am Tisch setzen und gucken, was die beste Lösung für unsere Tochter ist. Und dir dann deine Wohnung jetzt schickimickimäßig eingerichtet hast, mit welchem Geld war das? Das war mit dem Geld deiner Familie, mit dem Geld der Kinder, mit dem Geld, was wir uns erarbeitet haben, okay? Dass nicht das schon cringe und egoistisch genug gewesen ist, war der richtige Hammer, jetzt das letzte Schreiben von deinem Anwalt. Ich meine, ja, du bist zum Anwalt gegangen, Outlaw, Einprozenter, Straßengohnen. Wenn es um deine Familie geht, rennst du schon mal gerne zum Anwalt. Auch so eine Aussage. Hä? Was soll der machen? Outlaw, Einprozenter, soll er dir Leute schicken und das mit Leuten klären? Oder was willst du von ihm? Das ist doch das einzig richtige, Sachen, die man nicht normal klären kann. Und bevor man es anders klärt, was ich absolut nicht feiere, geht man zum Anwalt. Man geht den Rechtsweg. Das ist das einzig richtige, was man hier in Deutschland machen kann. Dafür leben wir doch in einem Rechtsstaat. Warum ist das ein Kritikpunkt? Warum wird das hier negativ hingestellt? Hä? Ich finde cringe genug, dass man fremde, außenstehende Leute dazu braucht, um die entscheiden zu lassen, wie viel man seiner eigenen Tochter im Monat bezahlen möchte. Dass das nicht schon cringe genug ist und nicht erwachsen genug sein kann, um das irgendwie anders zu klären, weigerst du dich, Kontoauszüge vorzulegen, um so wenig wie möglich für deine eigene Tochter monatlich zu bezahlen. Und der Hammer ist, dass du in deiner Güte jetzt vorgeschlagen hast, 320 Euro im Monat zu zahlen. Ich muss jetzt erstmal schlucken, weil mir fehlen die Worte. Es ist zum einen so cringe. Es ist 320 Euro. Man merkt schon, in welche Richtung sich das entwickelt. Es geht hier, ich merke es jetzt schon, nur um Geld. Nur um Geld. Für deine eigene Tochter. Was, lieber Herr Twellmann, sind 320 Euro? Also ich möchte nicht arrogant oder überheblich klingen, aber meine Schuhe kosten mehr. Dein Make-up, was du gerade hast, kostet mehr. Ja, hast du recht. 320 Euro ist sehr, sehr mickrig und dafür kann man ihn definitiv kritisieren. Was ich mich aber dann auf der anderen Seite frage, wenn du doch teurere Schuhe hast, wenn du doch so da sitzen kannst, ja, in deinem Gesicht mindestens zigtausend Euro investiert hast, mit Lippen, Nase, alles ist ja gemacht, man sieht das ja, Wangen dicker gemacht und so. So, wenn du schon das Geld dafür hast oder das Geld dafür hast, so teure Schuhe zu tragen und anscheinend selbstständig bist, wie du erzählt hast und so teure Klamotten tragen kannst, was hübt dich das, wie viel er überweist? Es ist seine Pflicht, natürlich für seine Tochter Geld zu überweisen, aber wer weiß, was mit dem Geld passiert. Kieße alles in deine Tochter rein? Immerhin habt ihr ja die Wohnung. Ich weiß nicht, ob die noch immer bezahlt wird oder nicht, aber ich habe gesehen, bis einschließlich Mai wurde die Wohnung bezahlt. Über mehrere Monate, während er im Studio schlafen musste, während er in einem Zwei-Sterne-Hotel hausen musste, weil er nicht in seiner eigene 100 noch etwas Quadratmeter-Wohnung sein konnte, wegen dieser kompletten lapidaren Auseinandersetzung. Was der wirkliche Grund dafür ist, dass er sich getrennt hat, das wissen wir nicht. Ich habe so ein paar Sachen zugespielt gekriegt, das wird sich jetzt auch noch in Zukunft zeigen, was der wahre Grund sein könnte. Wie gesagt, ich will hier keine Spekulationen in den Raum setzen, aber du kannst mir nicht sagen, dass eine E-Mail ausschlaggebend dafür ist. Du kannst dich hinsetzen und sagen, sein Verhalten, dass er immer noch diese Filme schiebt, Gangster, Gangster, dies, das, das ging mir irgendwann auf den Sack. Okay, das würde ich zu 100% verstehen. Mit so einem Menschen könnte ich auch nicht zusammenleben. Aber im Endeffekt war er nicht schon so, als du mit ihm zusammenkommst? Hast du ihn nicht so akzeptiert? Tragen über Fragen. Deine kosten noch mehr. Ja, deine Schuhe, die du täglich benutzt, um auf den Straßen zu laufen, kosten mehr als das Geld, was du bereit bist, deiner eigenen Tochter monatlich zur Verfügung zu stellen. Okay, schauen wir uns noch mal ein paar weitere Screenshots an, die er mir geschickt hat. Also, im vierten Monat hat er noch mal irgendwie für das Haus 1.000 noch etwas Euro bezahlt? Er hat Ende April 6.875 Euro noch mal bezahlt? Ich will nicht ins Detail gehen, liebe Nadja. Du weißt höchstwahrscheinlich, worum es sich da handelt, ja, um welche zwei Beträge, die zusammengefügt wurden, die er für dich bezahlt hat, ja. Ich sage nur, Zwangsvollstreckung. Im Februar sieht man, hat er noch mal das Geld für die Miete bezahlt, 1.400 Euro. Und dann an dich persönlich, 20. April, 2.000 Euro überwiesen. E.ON, also Strom, etc., 400 Euro bezahlt. Wenn man sich all diese Sachen, die ich zugeschickt habe, anguckt, merkt man, dass er schon zigtausende Euro bezahlt hat, von denen du hier kein einziges Wort verlierst, um ihn schlicht wie möglich darzustellen. Und heute setzt darüber rum, dass er nur 320 Euro bezahlt, für den Unterhalt der Kleinen. Aber alles andere lässt du außen vor. Ich habe über die Hälfte meines Trennungsunterhalts verzichtet, für den Geh, für den Frieden, weil ich gesagt habe, ey, scheiß drauf. Und jetzt lass mal die letzten 5 Jahre Revue passieren. Wann hast du angefangen, wirklich Geld zu verdienen? Das war surprise, unmittelbar nach unserer Hochzeit. Das große Geld hast du in der Ehe verdient, mit mir an deiner Seite. War das alles Zufall? Und wenn du mir jetzt irgendwie dein Gangland-Album erwähnen willst, dann fress ich ein Besen, ja. Du hast einen niedrigen Vorschuss für Gangland bekommen und das Geld, was du danach verdient hast, war so schnell weg, wie es gekommen ist. Willst du mir jetzt tatsächlich sagen, das war Zufall, dass du nach der Hochzeit angefangen hast, Porsche zu fahren, Bentley zu fahren, Bentley Blue, dass du ein Café eröffnet hast, dass du auf einmal sechsstellig von deinen Plattenfilmen Vorschüsse kassiert hast, ja. Dass du auf einmal anfängst, Designer-Klamotten zu tragen, dass du auf einmal Santorini-Gran-Canaria-Urlaub Flexereien gemacht hast, dass du auf einmal nach 40 Jahren Dümpen innerhalb von nur sechs Monaten in eine Bonzen-Gegend gezogen bist. Du bist ein begnadeter Künstler, Manuel. Du bist talentiert und auf deinem Gebiet kann dir so schnell in Deutschland niemand das Wasser reichen. Sie hat hier quasi schon die Antwort auf ihre Frage gegeben. Also ich glaube kaum, dass du ihm Gesagsunterricht gegeben hast. Was sie damit sagen will, das ist ja bei mir genau das Gleiche, mit einem Partner an der Seite und wenn beide an einem Strang ziehen, ist das, wovon sie geredet hat, tatsächlich möglich. Bis vor ein paar Monaten haben Nebi und ich ja auch nicht an einem Strang gezogen. Also sie hat ihre Verpflichtungen gemacht, sie ist eine absolute Topfrau, an ihr braucht man gar nichts auszusetzen, aber wir haben nicht an einem Strang gezogen. Ich hab mein Ding versucht komplett alleine durchzuziehen. Seitdem sie mir jetzt hilft mit Papierkram und all diesen Sachen, mein jüngster Bruder mir hilft mit Videos schneiden, kurz geht an der Stelle raus an Massi, der auch dieses Video hier schneiden wird, könnt ihr gerne abchecken seinen Kanal. Erst seitdem ich das jetzt gemacht hab, dass wir alle als Familie Hand in Hand arbeiten, läuft's bei mir Gott sei Dank sehr sehr gut und da stimme ich ihr auch zu und ich glaube auch das was sie da sagt, aber nichtsdestotrotz war Manuel nicht erst seit 5 Jahren berühmt, kannte ihn schon vor 11, 12 Jahren. Ich erinnere mich ja noch dran, als ich ihn auf einer Soul Sugar Party, das war jetzt 11 Jahre her, über 11 Jahre, gesehen hab das erste Mal und da kannte ich ihn schon. Im VIP Bereich waren wir. Hab ich mit ihm ein Foto gemacht, wir haben ein bisschen gechillt, gequatscht und so. Das ist ja nicht so, dass sie ihn berühmt gemacht hätte, aber ich will hier auch gar nicht daran zweifeln, dass sie der ausschlaggebende Grund dafür ist, dass auf einmal alles besser lief, weil wenn du jemanden hast im Hintergrund, der die Fäden zieht und wenn du selbst nicht gerade, sag ich mal, mit dieser Materie vertraut bist, dann ist das schon sehr sehr wichtig und sehr sehr gut. Alleine schon, wenn jemand dir ein wenig Arbeit abnimmt, dass du dich mehr auf deine Sachen konzentrieren kannst, ist das schon mehr als hilfreich. Von daher, super gesagt, auch hier, dass sie ihn lobt und auch die Wahrheit ausspricht, finde ich mega, mega stark. Props und Respekt gehen an der Stelle raus an sie. Toller Sänger, toller Songwriter, ja, ja, we know it, aber vom Geschäft hast du überhaupt keine Ahnung, von Zahlen hast du keinen Plan und dann kam ich ins Spiel und hab dich in allem unterstützt und hab dir gesagt, was du zu verlangen hast, was du zu tun hast, was du zu machen hast, und ich diese Filme, die du auf mich gemacht hast, irgendwie geglaubt habe, dass du dein Leben lang, deine Karriere lang nie das gekriegt hast, was du verdient hast, weil du lieber loyal geblieben bist und deshalb da bist, wo du heute bist, dann fühlte ich mich irgendwie dazu verpflichtet, ja, in meinem dummen Helfer-Syndrom, mich die letzten vier, fünf Jahre mich deiner scheiß Karriere zu widmen und dir zu verhelfen, das zu kriegen, was du verdient hast. Letztendlich... Hä? Aber ihr wart doch in einer Ehe. Da ist es doch selbstverständlich, dass man sich gegenseitig unterstützt. Wie konntet ihr sonst diese ganzen teuren Urlaube machen? Wie konntet ihr sonst in eine Bonzen-Gegend ziehen? Es ist ja nicht so, dass er alleine davon profitiert hat. Ihr habt ja alle davon profitiert und was am allerwichtigsten ist, eure Tochter hat davon profitiert, eure gemeinsame, dein Sohn hat davon profitiert, ja? Im Endeffekt habt ihr alle davon profitiert. Warum nennst du dich selbst dumm und schiebst alles auf einen Helfer-Syndrom als Ausrede dafür, dass du ihm geholfen hast? Hä? Ist das nicht selbstverständlich, wenn man sich in einer Beziehung befindet, dass man sich gegenseitig unterstützt? Denn im Endeffekt profitieren ja auch alle in der Familie davon? Es ist doch scheißegal, wer im Rampenlicht steht, ja? Oder wer im Vordergrund steht und wer sein Ding macht in der Öffentlichkeit, weil am Ende des Tages haben wir doch für das ein und dasselbe Portemonnaie gearbeitet. So habe ich jedenfalls gedacht. So war mein Mindset bei der ganzen Sache. Mein Hausfrauen-Ding habe ich als Aufopferung für die Familie gesehen, weil es überhaupt nicht mein Ding ist. Ich habe mein Leben lang gearbeitet, ich habe mein Leben lang mein Ding gemacht und du kamst mir immer mit diesen Filmen an, dieses Wolla, warum willst du arbeiten gehen? Reicht dir unser Geld nicht? Wolla, so im Ressort aus und raus lebst du und das, dies, hier fehlt es dir an etwa. Was für ein Ehre, Mann, dass er einfach zu seiner Frau sagt, warum willst du arbeiten gehen? Hammer, wa? Also wirklich, ich feiere das, finde ich super, hätte ich mit Haut und Haaren, wenn ich eine Frau wäre und mein Mann würde sagen, warum willst du arbeiten gehen, bleib doch zu Hause, ich würde sofort sagen, ich küsse dein Herz. Hammer, Ehre, wisst ihr mal, sie stellt das als Negativität da, okay? Warum willst du deine eigene Karriere aufbauen? Warum willst du T-Shirts verkaufen? Warum brauchst du alles nicht? Lass mal lieber darum kümmern, wie wir hier die nächsten Beschäftigte hier zusammen machen und hier, wie kann man das hier? Okay, das ist wiederum ein anderer Punkt. Wenn sie Ambitionen hat, ihr eigenes Ding durchzuziehen, weil sie vielleicht keine Erfüllung in ihrem Leben findet, weil sie selber ein wenig im Rampenlicht stehen will, so wie man es gerade eben noch rausgehört hat, ein paar Sätze davor, ja? Er stand immer im Rampenlicht, ich war im Hintergrund. Ich will jetzt hier auch keine Spekulationen oder so aufstellen, ja? Ich will jetzt nicht ausgehen davon, wie sie sich da hingesetzt hat und full geschminkt ist und full auf Style und hier und da und tralala und über sowas Ernstes redet. Ich will nicht darauf schließen, dass sie famegeil ist oder eine Person, die gerne in der Öffentlichkeit stehen würde. So, das sind Spekulationen, die lasse ich außen vor. Aber, wenn sie, sage ich mal, ihre eigene Karriere, ihr eigenes Ding durchziehen will und er sagt auf der anderen Seite, warum willst du das machen? Warum ziehen wir nicht beide an einem Strang und nicht du an einem Strang und ich an einem anderen Strang und gehen auf Erfolg aus? Dann ist das zu 100% ein Zeichen dafür, dass sie in irgendwelchen Punkten unzufrieden war, ja? Irgendwas hat ihr nicht gepasst in der Beziehung. Sie war nicht glücklich mit ihrem Leben. Bei uns ist das so, Nebi ist mega froh, dass sie mich hier supportet. Das ist wirklich, vorgestern waren wir bei Nick, da hat sie es nochmal in aller Runde erzählt. Die so einfach, ich bin so glücklich zur Zeit. Wir haben unser gemeinsames Ding. Wir sind auch schon sehr, sehr lange zusammen, ja? Wir sind ja weit doppelt, mehr als doppelt so lange zusammen, wie die beiden zusammen waren. Und im Endeffekt ist das halt für sie so. Für sie war es nicht so. Sie will ihr eigenes Ding durchziehen, sie will ihr eigenes Business haben, auf eigenen Beinen stehen. Okay, soll sie machen. Da wäre ich ihr auch nicht im Weg gestanden. Und im Endeffekt hat sie es ja auch gemacht. Ich habe es ja mitgekriegt, sie hat es ja auch gemacht. Lieber überlegen, wie wir hier irgendwo Schnapp machen, links, rechts und, äh... Und heute diskutiere ich tatsächlich mit dir, nee, besser nicht mit dir, weil du bist ja, äh, unantastbar jetzt geworden, mit einem Anwalt darüber, dass du deiner Tochter 320 Euro monatlich abgibst, wobei ich dir in den letzten vier, fünf Jahren verholfen habe, über eine halbe Million Euro zu verdienen, ja? Die du sonst alleine in deiner gesamten Karriere nicht verdient hättest. Und es geht wieder um Geld. Also so viel zum Punkt Schikane. So viel zum Punkt, sie muss sich an die Öffentlichkeit wenden, weil sie ja so krass unterdrückt wurde. Im Endeffekt geht es einfach, die Hälfte ist schon vorbei, nur um Geld, ja? Tut mir leid, dass ich so ehrlich und direkt bin. Über eine halbe Million nur über Plattenverträge, versteht sich, ne? Ganz, die ganzen anderen Geschäfte, die gelaufen sind, nicht mit eingezogen. Scheiß mal da drauf jetzt. Aber warum diese 320 Euro? Warum diese Drückerei? Damit du genug Geld für deine komischen, äh, Groupies hast? Oder, damit er dir nicht zu viel gibt, was du in dich investieren kannst, weil ihr euch in einer Trennung befindet. Weil er kann ja nicht kontrollieren, für was das Geld ausgegeben wird, ja? Im Endeffekt denke ich mir, alleine Respekt, dass er monatelang die Miete gezahlt hat. Eine hohe Miete. Respekt dafür, dass er dir das Auto so lange zur Verfügung gestellt hat. So eine fette Karre, ja? Respekt dafür. Die ganzen anderen Sachen, die er bezahlt hat, ja? Allein diese knapp 7000 Euro. Ich hab's hier schwarz auf weiß liegen, liebe Nadja. Wenn du willst, kann ich das öffentlich machen und es den Leuten zeigen. Ich frage mich echt, wie man so dreist sein kann und denken kann von sich selbst, dass man so gewieft und intelligent ist und schlau und krass, dass sie an die Öffentlichkeit geht und sowieso schon das angeschlagene Image von Manuel ausnutzt und gegen ihn wettert. Wirklich, das ist ein absolut armes Verhalten. So verstrahlte Weiber, die Anfang 20 sind, bei denen du den Sugar Daddy spielen möchtest, deswegen ziehst du die Kohle lieber deiner Tochter ab? Ja. Oder um beim nächsten Steak essen mit deinen Brüdern wie ein Löwe aufzustehen und für 15 Mann zu bezahlen? Deswegen? Die ist echt eine gute Manipulatorin. Jetzt ohne Spaß, Freunde. Ich bin ja nicht erst seit gestern in diesem Business. Das ist ja nicht das erste Video in der Art, die ich mache. Ich bin ja damit groß geworden, ja? Das ist mein täglich Brot. Aber die macht das wirklich unnormal gut. Und am Anfang sitzt sie da und sagt, ja, eigentlich kann ich sowas nicht. In die Kamera reden, wie ist das? Sie soll zu YouTuberin werden. Ich küsse doch ihr Herz. Ja, Mann. Genau deswegen gibt er so wenig Geld. Es gibt keinen anderen Grund dafür. Ich, ich, ich pass es nicht. Ich kann es nicht glauben. Und dass nicht alles schlimm genug war, ja? Hast du dich so getriggert gefühlt, dass ich einfach mit meinem Leben weitermache, mit meinen Freunden einfach mein Leben genieße, mit meiner Familie Zeit verbringe, dass du eines Tages in deinem Psycho-Wahn aufgewacht, bis du mir das Auto weggenommen hast, ja, unser Familienauto, hast du eigentlich darüber nachgedacht, dass du dieses Auto gebraucht hast, um deine Tochter zum Kindergarten zu fahren, ja, um in Notfällen oder bei plötzlich auftretendem Fieber, so wie das bei Zweijährigen häufig vorkommen kann, sie zum Arzt bringe. Hast du doch schon mal darüber nachgedacht? Ja, Mann, das muss echt hart sein. Man kann ja nicht mit einem kleinen Auto zum Arzt fahren oder andere Erledigungen machen. Man muss natürlich diese riesenfette Karre unterm Arsch haben, ja, die weiterhin von dem Mann, Ex-Mann bezahlt wird, den man im Internet diffamiert. Das ist ganz, ganz wichtig, Freunde. Er hat mir gesagt, aber wie gesagt, das sind halt auch nur Aussagen von ihm. Ohne Beweise. Ich habe dazu jetzt keine Beweise gesehen, genauso wie wir bei ihr bis jetzt im kompletten Video nicht einen einzigen Beweis gesehen haben, nur Gerede, ja. Er hat gesagt, ich habe ihr angeboten, ein schönes, kleines Auto. Ich habe jetzt die Automarke vergessen, war auf jeden Fall etwas Schönes. Ist ja egal, Hauptsache es fährt, aber schönes, kleines, kompaktes Auto reicht ja auch aus, um herumzufahren. So nett ist er sogar gewesen, ja. Bietet dir das an, aber nein, du willst diese Riesenkarre haben, dieses fette Ding, dieses geile. Oh Mann, Alter. Aber nein, mit ihr hast du ja sowieso seit über zwei Monaten keinen Kontakt sehen, nicht gesehen, nicht drum gekümmert, weil deine jetzige Alte anscheinend eifersüchtig auf deine eigene Tochter reagiert. Ja, wir haben ja gerade den Chatverloch vorgelesen gekriegt. Ich habe ihn schwarz auf weiß hier stehen. Wenn du willst, kann ich das öffentlich machen, dann kann es jeder sehen. Kappst du lieber den Kontakt zu ihr, kappst du den Kontakt zu deiner zweiten Tochter ab, genauso wie du den Kontakt zu deiner ersten abgekappt hast, ja. Welcher Mann lässt seine Töchter von anderen Männern erziehen, ja. Ich meine, noch habe ich keinen Mann, aber... Ich nicht. Und da gebe ich ihr zu 100% recht. Sollte das stimmen, dass er das zugelassen hat, bei der ersten Tochter oder was auch immer da jetzt vor, was da ist. Ich kenne mich da jetzt nicht mit aus mit dieser Materie. Ich würde das nicht zulassen. Eher würde ich sterben, als das zuzulassen. Aber wir haben ja gerade gesehen, wie er versucht hat, seine Tochter zu sich zu holen und sie dagegen stand. Ja, also bitte, liebe Nadja, ich küsse doch dein Herz. Du weißt, die Chatverläufe existieren. Du weißt, was Tatsache ist. Was hast du dir gedacht? Hast du dir wirklich gedacht, dass es keinen im Internet gibt, der sich dieser Sache annimmt und auch mal tiefer in die Materie eintaucht und da mal ein wenig drumstochert? Glaubst du, alle sind gleich? Alle fallen auf diese Sachen, die du da sagst, rein? Tu das doch deinen Kindern nicht an. Allein die Tatsache, dass sie sowas hochlädt und die Kinder irgendwann älter werden und dieses Video hier sehen werden, wie fühlen die sich dabei? Schämst du dich nicht? Du legst es ja darauf an. Deine erste Tochter hat auch einen Stiefvater, der sich rührend um sie kümmert. Ja, stattdessen ihm zu danken, ja, wolltest du dem vor zwei Jahren noch einer auf die Fresse hauen und dein Ego wieder gekränkt, anstatt dich einfach mal um deine Töchter zu kümmern und ein Vater zu sein. In diesen Punkten sage ich gar nichts, ne? Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass Manuel so ist. Da will ich auch nichts anzweifeln, aber halt auch wieder ohne Beweise. Man kann einfach irgendwas in den Raum werfen, ne? Im Endeffekt glaube ich es trotzdem. Sie hat das sehr, sehr gut gemacht, das Video. Also wirklich Respekt dafür. Nein, meanwhile diskutierst du lieber mit Anwälten und erzählst denen, dass du monatlich nur 3000 Euro brutto verdienst. Gettorisiert vielleicht. Du bist doch derjenige, der sich hier als den kulturoffenen, zum Islam konvertierten, ähm, sprachenbegabten Menschen hier ausgibt, ja? Wenn du doch so kulturoffen bist und wenn du doch der halbe Araber bist, dann solltest du auch verstehen, dass in unserer Kultur Familie ganz groß geschrieben wird und man sowas mit seiner Familie nicht macht. Aber du schlüpfst in diese Kulturidentität nur dann rein, wenn es dir gerade in deine Karten spielt. Kann man das vielleicht auch auf dich zurückführen? Denn das, was du machst, private Sachen an die Öffentlichkeit zerren, dass Leute wie ich und auch ganz, ganz viele andere da draußen, zigtausende, daran teilhaben können. Dass irgendwann, dass verschwinden, diese Videos verschwinden nicht mehr. Dass irgendwann die Kinder darauf Zugriff kriegen. Das ist korrekt der Familie gegenüber. Pack dir erstmal an die eigene Nase. Sonst scherst du dich in Dreck um die Kulturen. Darf ich dich, M. Bilal, daran erinnern oder eine Gedankenstütze geben, dass in dem Islam, in der Sura Al-Baqarah, die Kuh, ganz klar zu lesen ist, dass der Mann seiner Familie unterhaltspflichtig ist und sich um seine Familie zu kümmern hat. Ganz abgesehen davon, ja? Es ist ja auch ein Gesetz in Deutschland und man muss sich auch an die Gesetze des Landes halten, in dem man sich befindet. Dass die Mie da sowieso gerade auf die Islam-Schiene kommt, verstehe ich nicht, ja? Alter, ich bitte euch, Leute. So, ich will hier nicht vorurteilsmäßig oder so durchstarten. Aber ich komme auch nicht mit Islam-Fersen oder mit irgendwelchen Islam-Aussagen, obwohl ich meiner Meinung nach mehr Recht dazu hätte, wie 99,9% der Leute da draußen, die ständig mit dieser Islam-Karte kommen, ja? Und ich rede hier nicht davon, dass ich kein Alkohol trinke, nicht rauche, keine Drogen zu mir nehme, also wirklich ein sauberes Leben führe. Davon rede ich gar nicht. Ich maße es mir nicht an, den Islam als Schutzschild zu benutzen und irgendwelche Verse daraus zu rezitieren, damit ich glaubhaft darüber komme oder damit ich noch mehr Leute catche, die dann auf meiner Seite sind. Also, äh, wollen wir mit Islam kommen? Sollen wir mit Islam kommen? Gar kein Problem. Aber tu dir das lieber selbst nicht an. Ja, vor allem, egal, egal, wir gucken weiter. Du bist doch ein Mann von Welt und ein Mann von Islam und Wallahi und für den Frieden und wir machen Friedensrichterei. Ja, das ist auch so ein Punkt an Manuel, was ich nicht verstehe. Wie gesagt, ich will ihn hier auch in keinem Punkt verteidigen. Ich verteidige ihn nur da, wo er auch verteidigungswürdig ist. Das sind so Sachen, doppelmoralische Sachen an ihm. Die wissen wir alle. Damit hat er sich selbst auch Grab geschaufelt. Ja, auf der einen Seite, ja, Islam, dies was, lulululululul. Auf der anderen Seite, Beleidigungen und Tasse nicht gesinnt, kindisches Verhalten und so weiter und so fort. Das wissen wir alles. Da hat sie ja recht. Und jetzt? So, ich frag mich und jetzt? Das wissen wir alle. Wie wär's, wenn du mit Abwechslung mal beginnst, Frieden in deiner eigenen Familie zu schaffen? Oder besser gesagt, mit deinem eigenen Bewusstsein? Nein, aber du bist viel zu sehr damit beschäftigt, diese komischen Mafia-Paten-Gangster-Filme zu schieben in deinem Leben. Ja, wir haben die Filme alle geschaut. Wir haben die auch alle gefeiert, in Blood Out, ja. Aber wir haben mit unserer Intelligenz irgendwo noch die Distanz zwischen Realität und Filmgeschichten schaffen können. Wie gesagt, lass mich dir jetzt mal kurz Gangster-Web erklären, ist in den 80er-Jahren entstanden, in Slums. Die Leute waren gezwungen, in Kriminalität, Drogen, Morden und dem Ganzen zu leben. In Armut. Die haben keinen anderen Ausweg gehabt. Ihr Ventil war es künstlerisch, diesen Gangster-Web zu kreieren und zu machen. Das war der beste Part bis jetzt im ganzen Video. Hat sie vollkommen recht? Haben wir was dazugelernt für diejenigen, die es nicht wissen, die denken, man müsste Gangster, ja, die Leute hier leben in guten Verhältnissen und anstatt aus dem Gangstertum in diese Verhältnisse abzudriften, um das als Sprungbär zu benutzen, um in diese Verhältnisse zu gelangen. Gehen sie freiwillig von diesen Verhältnissen da rein. Wisst ihr, weil ich war so richtig paradox. Sie fingen an, damit Geld zu verdienen und haben sich einen Ausweg aus dieser Misere geschafft. Du willst zwangsläufig da drin leben und denkst, das wäre ein Lifestyle, das wäre cool, das wäre geil und du suchst in deinen psychopathologischen Auffälligkeiten irgendwie Zuflucht in diesen Ghetto-Film mit diesem ganzen belanglosem Scheiß, ja. Ja, stimme ich ihr zu 100% zu absolut kindisch. Der einfach kein Lebensziel hat. Was sind deine Träume? Was sind deine Lebensziele? Mit 43, mit einer Horde von Kindern und einem Hund schreiend durch rein rauszulaufen? Da ist es eine Anspielung auf den neuen Song mit Massiv, der online gekommen ist. Lass ihn doch, ist ein Musikvideo, ist doch cool. Ist das dein Ziel gewesen? Ich meine, wenn du wenigstens da wohnen würdest. Du wohnst noch nicht mal da in Duisburg. Du wohnst wieder in Dümmten über deinen Eltern. Ja, wohlbehütet mit Wiese, fliegenden Schmetterlingen, einem Pool im Strebergarten und von dort aus machst du Promo für dein Ghetto-Album. Es ist so paradox, widersprüchlich, was ich einfach nicht verstehe. Dann hast du dich mit Deutschrap nicht auseinandergesetzt. Komplett Deutschrap ist so. Du könntest heute ganz woanders sein. Wo denn? Aber die Jungs und Brüder, die um dich herum sind, würden dir diesen Erfolg niemals gönnen, weil das würde heißen, dass du woanders lebst, erfolgreicher lebst und das würde sie noch irrelevanter machen, als sie nicht schon sind. Aber egal, wenn es um diese Thematik geht, könnte ich noch zehn andere Videos hochladen, aber so. Glaube ich, ja. Anstatt sich zu bemühen, dass man einfach ein gutes Verhältnis zu seiner Familie behält oder sich einen guten Draht zu seiner Tochter aufbaut. Sie ist zwei Jahre alt, sie lebt von der Aufmerksamkeit und der Liebe der Eltern so ist das einfach in den ersten Lebensjahren. Anstatt sich mit ihr zu beschäftigen, zelebrierst du meanwhile die tolle 13-jährige Freundschaft zwischen dir und Fiddert, wo ich mir denke, okay, warte mal, umgerechnet müsste der Fiddert dann ja zwölf gewesen sein, wo ihr euch kennengelernt habt. Hast du vielleicht noch mehr zwölf 13-jährige Freunde in deiner Clique, von denen ich nichts weiß? So. Da hat sie wirklich ins Nerv getroffen, so richtig in die Wunde und so gedrückt. Das juckt mich nicht, keine Ahnung. Der Fiddert ist, glaube ich, dieser Fiddert oder so, den man öfters bei ihm sieht. Wenn der 25 Jahre sein sollte, was ich nicht weiß, ja, ich kann nicht einschätzen, wie alt der ist, dann 13 Jahre befreundet, natürlich, dann hätte er 12 sein müssen. Okay, da hat sie einen Wund einen Punkt getroffen und bezüglich dem, was sie zuerst gesagt hat, ja, du brauchst ein Draht zu deiner Tochter und dieses melancholische, ja, in dem Alter brauchen die ihren Vater. Wir haben gerade schwarz auf weiß den Chatverlauf durchgelesen. Okay, bitte das nächste Mal ein wenig nachdenken, bevor du solche Behauptungen in die Welt setzt. Ein Manuel ist vielleicht nicht in der Lage dazu, das nach außen zu tragen oder glaubhaft rüberzubringen, aber ich bin das alle Male. Ich habe mir das nicht ohne Grund die letzten Jahre so aufgebaut. Das würde aber dann so einiges erklären in deinem Verhalten. Okay, da hat sie auch wieder richtig so in die Wunde gestochen. Vor ein paar Monaten hast du dich dazu entschieden, mein Binfrika-Lager räumen zu lassen. Du und dein Handlanger-Freund Reza, von dem du dich immer gerne als Bauchredner-Prope benutzen lässt und beraten lässt. Jedenfalls habe ich abends aus dem Nichts von meinem Vertrieb die Nachricht bekommen, dass die T-Shirts alle nicht mehr da sind. Dass die zurückgefordert wurden von dir und Reza und dass der Verkauf nicht mehr weitergeht. Ich habe mich am nächsten Tag kontaktiert, habe so getan, als wenn ich nicht davon wüsste, dass du involviert warst. Am Telefon hast du gesagt, Wolla, ich weiß nichts davon. Du, soll ich dir die T-Shirts zurück besorgen? Wolla, warte, ich rufe dich gleich zurück. Alles klar. Hast du mich zurückgerufen? Siehst du, in einem Anruf habe ich alles für dich geklärt, ja? Die T-Shirts kriegst du wieder. Hab ich gut gemacht? Ich bin der Beste, oder? Bin ich der Beste, oder bin ich der Beste? Die kann ihn echt gut nachmachen. Wie gesagt, ich bin hier nicht parteiisch. Bin weder auf Manuels Seite, noch auf ihrer Seite. Kritisieren nur das, was mir komisch vorkommt, was mir auffällt. Aber in diesen Punkten hat sie einfach recht, ja? So ist er einfach. So ist der Manu einfach und wir akzeptieren das. Was würdest du ohne mich machen, hä? Ein Anruf. So. Hat es die ganze Nacht Kopfschmerzen? Ich habe das kurz in ein paar Minuten geklärt. Du kriegst deine T-Shirts wieder, wo ich gesagt habe, weißt du was? Könnt ihr dankend behalten. Ich habe es auch gar nicht, auch zu der Zeit, ja? Ihr müsst euch vorstellen, da hat einer von heute auf morgen einfach euer Geschäft. Alle Leute, die du mir ins Boot geholt hast, habe ich außen vor gelassen, habe ein komplett neues Team aufgebaut und habe jetzt eine neue Kollektion. komplett alleine gemacht. Guck mal, damit hat sie gerade gesagt, ja, er wollte nicht, dass ich selbstständig bin, dies, das, tralala und jetzt hat sie gerade in einem Nebensatz erwähnt, alle Leute, die du mir ins Boot geholt hast. Das heißt, er hat sich doch im Endeffekt um alles gekümmert, konnte es all die Sachen machen, weil er dir Leute geholt hat, die dich dabei unterstützen. Damit hat sie sich doch gerade selbst wieder exposed. Also, das ist doch Doppelmoral in sich oder verstehe ich das falsch? Ja, fasse ich das falsch, ob sie sagt es doch gerade selbst. Und ich frage mich, ich habe auch Screenshots zugeschickt gekriegt, wo sie in einem Livestream einfach die kompletten Markenklamotten von Manuel am Verkaufen war, während er nicht mehr in der Wohnung sich befand, ja. Während er rausgeschmissen wurde aus seiner eigenen Wohnung, die er bezahlt hat, hat sie seine Markenklamotten verkauft. Habe ich noch alles Screenshots hier auf meinem Rechner? War das, bevor das Ganze passiert ist mit den Klamotten von dir oder danach? Das würde ich gerne mal wissen. So wie ich alles andere auch eigentlich komplett alleine gemacht habe. Aber da steckte so viel Arbeit, so viel Blut, Schweiß, Tränen in dieser Sache, weil ich wirklich von Null auf die Promophase machen musste. Das Video hat mich gekostet. Die T-Shirts haben mich gekostet. All das habe ich mir aufgebaut, während du parallel mir die ganze Zeit dieses Schikanenspielchen da mit mir spielen wolltest. Und parallel die ganzen Rechnungen übernommen hast, für Miete etc., damit ich das überhaupt stemmen kann mit meiner Selbstständigkeit. Und jetzt lade ich ein Video hoch, wo ich Privates ausplaudere, weil du nur bereit bist, 320 Euro Unterhalt zu bezahlen. Dabei brauche ich viel, viel mehr, damit mein Business läuft und rund geht. Du willst doch selbstständig sein, okay? Warum machst du so ein Video und heulst die ganze Zeit nur darüber rum, dass er so wenig Unterhalt bezahlt? Sehr, sehr paradox. Habe ich trotzdem versucht, neben Erziehung, Haushalt den ganzen Scheiß einfach zu machen. Und ich habe mich dazu entschieden, erstmal den Release der T-Shirts kurze Zeit auf Eis zu legen, bis wir diese Sache hier zwischen uns geklärt haben, weil ich, mit welchem Gesicht soll ich T-Shirts verkaufen von Benfried, die dafür stehen, sich nicht von einem Mann unterdrücken zu lassen, während ich von dem größten Unterdrücker mich gerade unterdrücken lasse. Mit welchem Gesicht... Also, wie oft hat er sie unterdrückt? Wie viele Beweise hat sie gezeigt? Was hat sie alles erwähnt? Unterdrückung ist also, wenn man dir nicht genug Geld in deinen Po schiebt? Hä? Also, verstehe ich hier gerade nur etwas falsch? Oder hat sie einfach nicht weit genug ausgeholt? Wo genau war jetzt die Unterdrückung? Die einzige Unterdrückung, die ich gesehen habe und die sie nicht gezeigt hat, sondern die ich euch gezeigt habe, war der Chatverlauf. Da hat er wirklich Druck gemacht, weil er seine Tochter sehen wollte. Das ist für dich Unterdrückung? Und im selben Atemzug sagst du, du interessierst dich gar nicht für deine Tochter. Du willst seine Tochter nicht sehen? Nein! Du hast ihm das verweigert. Okay? Also, ich denke mal, dieses Video war jetzt nicht ganz so gut für dich. Bis jetzt zwar noch, aber Masdak Army, du schaust solche Sachen schon ganz, ganz schnell. Ja? Pus geht an der Stelle raus. Wie wär's, wenn du zur Abwechslung mal deine Nase aus meinem Business rausgehst und dich in deinen eigenen Geschäften kümmerst, ja? Dass du mir wieder jeden Samstag oder Freitag bei Nasroth Scheiß da ehrenamtlich sitzt, zwar du nicht einen Cent abkassierst, wo du doch Geld kriegst oder weiterhin mit einer Tüte McDonalds Burger bezahlt wirst, aber Fakt steht, dass du da den Unterdrücker Film nicht machst auf diese Leute. Wo? Wie wär's mal, wenn du zur Abwechslung mit den Leuten mal mit Anwälten um die Ecke kommst und um deinen Hack kämpfst und Zahlen ein bisschen runterdrückst, wie du's bei mir und bei deiner eigenen Familie gerade probierst. Warum holst du da nicht deinen Hack? Hab ich nicht verstanden. Hat sie Nasroth Scheiß gesagt? Hab ich nicht gehört. Ah, ja, stimmt. Die haben das ja wieder gestartet mit Mois, ne? Da kriegt er kein Geld für, dass er da sitzt. Ja, okay, ich sag, okay, okay, warte. Einerseits wird da sehr, sehr böse Geld verdient, aber auf der anderen Seite muss ich fair sein. Ich wäre jetzt ein Heuchler. Wenn ich, sage ich mal, auch da sitzen würde, würde ich auch nicht ankommen und sagen, gib mir Geld. Genauso wie bei mir Leute saßen und mit mir Videos gemacht haben und auch von mir kein Geld verlangt haben. Kuss geht an der Stelle zum Beispiel raus an Mersat. Kinder haben schöne Geschenke gekriegt, aber man kommt nicht an unter Freunden und bezahlt sich gegenseitig. Da muss ich ihn auch in Schutz nehmen. Das ist so ein Ding, das muss man für sich selbst wissen. Sachen von dir. Sei ein Vater, den die Kleine verdient hat und gib uns das, was uns zusteht, okay? Gib mir mein Geld und gib uns unser Auto wieder. Das ganze Video geht nur um Geld und Auto und jetzt zeige ich euch noch einen Chatverlauf, ja? Das ist dieser Chatverlauf, der Gnadenstoß. Das ist der Gnadenstoß. So, die Mutter von Susu, er schreibt, ich komme morgen meine Sachen holen. Aid my Brooke. Sie schreibt, wenn du Geld hast, kannst du dir holen kommen. Drei Ausrufe zeichern. Das Video mache ich nur, weil ich so von ihm unter Druck gesetzt hätte. Das ist Schikane. Sogar meine eigene Mutter, die ehrlichste Frau der Welt, die zwar von ihm ihre Reise bezahlt gekriegt hat und ihre Freundin, aber sogar sie hat mir gesagt, du musst an die Öffentlichkeit gehen, weil die Leute müssen teilhaben an eurem privaten Leben und hoffentlich, wenn deine Kinder irgendwann alt genug sind, kriegen sie auch dieses Video zu sehen und dann sind die so stolz darauf, dass du die Mutter bist. Ja. Was ist das, Digga? Was ist das? Wie kann man sich selbst so krass ins eigene Knie schießen? Wenn du Geld hast, kannst du dir holen kommen. Wir haben gesehen, er hatte sehr, sehr viel Geld überwiesen. Sehr, sehr viel Geld. Und er schreibt dann, ich komme morgen meine Sachen holen. Das sind also die Unterdrücker-Filme. Und dir geht es gar nicht um Geld. Du redest zwar im kompletten Video nur über Geld, und alleine wie sie da sitzt mit ihrem Outfit und full gestylt und allem drum und dran, wo ich mich frage, wie man die Zeit überhaupt findet als alleinerziehende Mutter mit mehreren Kindern. So die Zeit zu finden, so da zu sitzen, da so ein Statement zu machen, was so lang ist. Okay, vielleicht unterstützt ihre Mutter. Aber wie gesagt, das sind alle Spekulationen. Ich will hier nichts in den Raum werfen, aber ich gehe hier von Tatsachen aus. Man hört im ganzen Video und so kommt mir das rüber, nur Geld hier, Geld da, Auto hier, Auto da. Hä? Dafür bringst du das Ganze an die Öffentlichkeit und versuchst dem Ruf von ihm, der sowieso schon am Boden ist, weiter zu schaden? Also ich merke schon langsam, worum es hier wirklich geht. Ich denke mal, jeder andere da draußen, dessen IQ höher ist als das, als Scheibe Toastbrot, was vergabelt ist, merkt es auch. Und worüber ich hier gerade die letzten Minuten gesprochen habe, waren nicht... Geld, 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 Geld. Bruder Manu zahlt ihr doch mehr als 2300 Euro, 320 Euro ist zu wenig, denn allein ihre Schuhe sind mehr wert. Ey, das ist so unangenehm, dieses Video, dass da so viele Likes drauf sind, verstehe ich nicht. Mal 10 oder 20 Prozent von dem, was mir in den letzten 8 Monaten hier widerfahren ist. Da hättest du vielleicht mal die restlichen 80 Prozent erzählen sollen, vielleicht ging es da nicht um Geld. Ich hab einfach mit der Zeit gemerkt, dass wenn du den Mund nicht aufmachst, wenn du das nicht rauslässt, wenn du das nicht aussprichst... Und wenn der öffentliche Druck nicht groß genug ist, kommt nicht genug Geld in die Kassen. Okay. Dass dich mit der Zeit einfach innerlich zerfressen wird, dass in Sachen wie Migräne, Schlafstörungen, manchmal sogar Panikattacken, weil ich nicht weiß, ey, welche Schikane kommt morgen, welche Schikane kommt nächste Woche. Ich möchte auf alles vorbereitet sein. Was ist, wenn er diesen Move macht? Was ist, wenn er das probiert? Was ist, wenn er mir das wegnimmt? Ja, dann erzähl mal weiter von den Schikanen. Also ich hab bis jetzt keine gehört. Oder meinst du dieses, dass er nur 320 Euro Unterwalt zahlt? Das ist Schikane? Oder dass er euch dieses riesen Geländewagen weggenommen hat, euch stattdessen ein kleineres Auto angeboten hat, dir stattdessen ein kleineres Auto angeboten hat, was auch vollkommen ausreicht, um von A nach B zu kommen. Weil im Endeffekt hat ihr ihm ja alles genommen, beziehungsweise hast du ihm ja alles genommen, seine Wohnung raus, die er euch weiterhin bezahlt hat. Habe ich ja alles schwarz auf weiß hier vorliegen. Ähm, was genau meinst du jetzt? Verrück mal raus, damit mit den restlichen 80%. Vielleicht lasse ich mich dann auch überzeugen. Es sind Sachen, die einen einfach mit der Zeit verrückt machen. Ja, Mann. Und ich hab keine Angst und du brauchst mir jetzt auch nicht nach diesem Video drohen oder mir Leute schicken oder irgendetwas machen, um mich wieder einzuschüchtern. Das zieht alles nicht mehr. Scheiß da drauf. Weil es einfach um die Zukunft und um den Hack meiner Kinder geht. Und da interessiert mich keine Kutte, keine Großfamilie, keiner deiner gefährlichen Freunde, auch nicht deine Kinder. Kampfhunde, niemand von denen interessiert mich. Weil ich bin letztendlich, hab ich alles probiert mit dir außerhalb der Öffentlichkeit zu klären. Aber darauf bist du nie eingegangen. Ey, ich bin am Ende des Tages sogar alleine nach Duisburg-Hamborn gefahren und hab mich mit deinen Abis an den Tisch gesetzt und hab probiert, diese Sache irgendwie aus der Welt zu schaffen oder wenigstens souverän zu klären. Das ist auch so unangenehm, ja? Das ist so unangenehm, diese ganzen Sachen immer mit meiner Abis, meine Abis hier, meine Abis da. Gehen wir mal davon aus, ich würde mich von Nebi trennen. Würde sie zu... Hä? So, wisst ihr, worauf ich die Nebi trennen? Ist das nicht unangenehm? Das sind zwei erwachsene Leute. Warum muss man zu irgendwelchen Fremden gehen und versuchen, mit denen irgendetwas zu klären? Welcher Mann lässt sich von anderen Leuten in seine Beziehung fuschen? Außer, sage ich mal, die einzige Ausnahme, die ich mir vorstellen könnte, wäre von den Eltern. Von meinen Eltern zum Beispiel. Selbst da habe ich meinen eigenen Kopf. Aber ja, da hat man wirklich viel Respekt. Aber doch nicht, wenn irgendwelche Fremde sich einmischen. Ich lasse noch nicht mal meine eigenen Brüder sich in meine Beziehung einmischen. Wisst, und ich liebe meine Brüder über alles. So ist das nicht, ja? Meine echten Brüder, die Kinder meiner Eltern. So, ich verstehe das einfach nicht. Das ist so unangenehm, sich sowas anzuhören. Diese ganze Scheiße nicht, um meinen Maul aufzumachen, ja? Es geht um meine Kinder, es geht um unsere Zukunft und ich lasse meinen Kindern in deinem Ego-Wahn nicht auch noch deren Zuhause wegnehmen. Das würde ich... Und ganz egal, lieber hab den ganzen Club als deinen Feind, ja? Als mich. Das sage ich dir. Und das ist keine Drohung, das sind Versprechen. Denn ich werde einen Teufel tun, als das Hack meiner Kinder und meiner Familie auf der Straße leben zu lassen. Und schon gar nicht, dass ich mir das von dir wegnehmen. Zumindest brauchst du mir auch nicht wieder einer deiner Abis vorschicken, die mich anrufen und darum bitten, irgendwas aus dem Internet zu nehmen. Nein. Diesmal geht es um meine Kinder. Es geht um unser... Es geht um die Zukunft meiner Kinder. Für die ich hart... Er hat das ausgeschnitten. Es geht um unser Geld. Sie hat Geld aus. Ey, unangenehm. Wirklich, dieses Video ist Fremdscharm pur. Unangenehm des Todes. Das ist das, was das ganze Video so unangenehm macht. Geld, 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 Geld. Ihr Business und Geld. Also ich bitte euch, wer das nicht sieht, dem kann man nicht mehr helfen. Absolut schwaches Statement, womit man wirklich es nur schafft, Leute zu manipulieren, die nicht halbwegs über den Tellerrand hinausblicken können. Ich habe gearbeitet, habe ja und das lasse ich mir nicht nehmen. Ihr lasst euch auch nicht euer Brot und das Hack eurer Kinder wegnehmen. Ja, das stimmt. Wir lassen uns das auch nicht wegnehmen. Das heißt, ihr lasst euch nicht. Aber wir wollen jetzt hier auch keine Korinthen-Kacka sein. Das stimmt. Macht man nicht. Im Endeffekt, ja, das Hack deiner Kinder. Aber dann leg auch wirklich alles auf den Tisch. Erwähne alles. Rede nicht davon, dass er in einem Luxushotel gelebt hat. Rede nicht davon, dass er nur 320 Euro im Monat zahlt. Leg alles auf den Tisch. Alle Fakten. Oh, dann würde es schon nicht mehr so hart für ihn aussehen, wenn man weiß, was er alles schon bezahlt hat. Wenn man weiß, dass er deine Schulden auch bezahlt hat. Also lass mich jetzt auch in Ruhe, okay? Hier geht es schon lange nicht mehr um zwei Eheleute, die sich getrennt haben. Hier geht es um Leben zerstören, hier geht es um Schikanen, hier geht es um weitaus mehr. Absolut krasse Schikane, Leute. Also wirklich, Manuel, du solltest dich schämen. Wie kannst du es wagen, sie so krass zu schikanieren? Wie kannst du es wagen, ihre Schulden auszugleichen im Wert von knapp 7000 Euro? Wie kannst du es wagen, nur bis einschließlich Mai die Miete von 1400 Euro zu zahlen, wo du nicht drin lebst? Wie kannst du es wagen, Digga? Schämst du dich nicht? Sie will doch ihr Business aufbauen. Ist doch scheißegal, was du bis jetzt aufgebaut hast. Werf alles über Bord. Lebe nicht mehr dein Leben. Geh in eine kleine Wohnung. Hauptsache, du kannst ihr genug Geld überweisen, damit ihr Business läuft. Wie kannst du es nur wagen? Du solltest dich wirklich in Grund und Boden schämen, Manuel. Also wirklich. Es ist so unangenehm, dieses Video. Das ist so unangenehm, was die da sagt. Also, Claire ist face to face mit mir und hör auf, irgendwelche Leute zu involvieren. Okay. So, bevor es jetzt heißt, er hätte mich involviert, ihr kennt mich, niemand kann mich involvieren. Niemand kann mir sagen, was ich tue und lasse. Im Endeffekt bin ich aber froh, dass ich ihn involviert habe. Und anfangs war er der Meinung, nee, ich will dazu nichts sagen und dies und das. Und dafür solltest du dich schämen, Manuel, wenn jemand so viel Lügen über mich erzählen würde, so wie es Arafat da gemacht hatte. Und das ist auch einer der Gründe dafür, warum ich ihn jetzt unterstützt habe und ihn auch gefragt habe, und ihm überhaupt eine Plattform geboten habe, war er der Erste, der mich darauf hingewiesen hat. Hör mal zu, Arafat startet gerade ein Shitstorm gegen dich. Ihr habt gesehen, was ich daraus gemacht habe. Ich habe es einfach umgedreht. Man kann einem Menschen nicht so einfach seinen Hack nehmen, wenn er es nicht zulässt. Ich habe mir zum Glück dieses Video hier angeguckt. Ich habe zum Glück meine Meinung zu der ganzen Thematik gesagt. Sie hat mit Sicherheit sehr viele Beweise in der Hinterhand. Die kann sie mir gerne zeigen. Ich bin immer noch, trotz dieses Videos, neutral. Im Endeffekt kann ich irgendwo verstehen, die hat sich getrennt, sie will ihr eigenes Ding durchziehen, sie will sehr, sehr schnell damit durchstarten. Ja, sie will Geld von ihm haben. Ich kann es irgendwo verstehen, aber er hat schon sehr, sehr viel bezahlt und ihr müsst auch mal die andere Seite verstehen. Denn die andere Seite, Manuel will auch sein Leben leben und fühlt sich verarscht. Denn im Endeffekt stellt euch vor, ihr baut Scheiße. Ihr habt eine dumme Sache gerissen, ihr kriegt eine Mail von irgendeiner Frau, ihr schickt das an eure Freunde weiter, wie so ein kleines Kind. Ja, absolut Blamage. Die machen sich lustig und geil und hier und da. Ihr kommt euch vor wie 16-jährige pubertierende Jungs. Sie findet das heraus und trennt sich dann von euch. Wären die alleine gewesen, ohne dass irgendwelche Kinder dadurch zu Schaden kommen, hätte ich das irgendwo verstehen können. Aber ihr habt das Leben von Kindern ruiniert. Im Endeffekt warst du die ausschlaggebende Person, die sich zu dieser radikalen Entscheidung hat hinreißen lassen. Er hat sich dafür live, ich kann nur davon reden, was ich gesehen habe, er hat sich dafür live gerade gemacht und gesagt, ja, ich bin zu 100% schuld. Sie trifft keine Schuld. Aber ich bitte dich, liebe Nadja, wie viel ist dir das Leben deiner Kinder wert? Eine E-Mail von einer fremden Person? Hat das deinen Stolz so krass gekränkt, dass du dir gedacht hast, ich lasse mal mein Kind ohne Vater aufwachsen? Wie gesagt, das Video ist absolut nicht böse gemeint. Denkt über meine Worte nach. Ihr müsst nicht mehr zusammenkommen. Höchstwahrscheinlich könnt ihr auch gar nicht mehr zusammenkommen, nach allem, was jetzt zwischen euch passiert ist. Aber tut es euren Kindern nicht an. Zieht eure Kinder nicht in diese ganze Schlammschlacht mit ein. Ihr werdet es mit Sicherheit schaffen, das Ganze vernünftig zu klären. Deswegen appelliere ich an beide Seiten, sowohl an sie, als auch an Manuel. Keiner von euch beiden ist fehlerfrei. Keiner von euch beiden soll versuchen, die Schuld nur dem anderen in die Schuhe zu schieben, so wie sie es bei ihm macht und so wie er es bei ihr macht. Bei Gott, ihr seid nicht fehlerfrei. Keiner von euch. Denkt an eure Kinder, versucht den vernünftigen Weg einzuschlagen, Kompromisse zu finden und im Endeffekt wird die Zeit alles Restliche für euch klären. Das war es in dem Sinne von mir. Ihr könnt wie immer eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben. Wir sehen uns an dem nächsten Video wieder. Bis dann und ciao.